Liebe Jenny, ich versuche seit 14 Jahren, dir diesen Brief zu schreiben. Heute werde ich es endlich tun. Ich werde heute Nachmittag für alle meine Fehler bezahlen. Ist nur gerecht. Es wird Zeit. Sicher hast du es gelesen. Mein Leben als ein Sölfner. Das Leid, das ich brachte. Das meiste ist wahr. Ich sollte es bereuen. Ich sollte den Tod fürchten. Tu ich nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bedauere nur, dass ich dich nie kennengelernt habe. Du bist alles, was zählt. Ich habe leider nie verstanden. Dein Vater. Kane. Erstmal der Anschlag wahrscheinlich. Gut. Spielmodus. Einzelspieler. Aspirin. Codeine. Morphium. Was soll das heißen? Codeine. Ja, dann nehmen wir mal Codeine. Annehmen. Sieht schön aus. Ja, ich sehe es. Leid, Leid. Ich liebe dich. Hey, Kane. Wach auf. Hey, Kane. Was? Du musst deinen Kopf schützen. Was redest du da? Schütz deinen Kopf. Los! Oh, scheiße. Was geschieht hier? Das ist wahnsinnig. Mein Kopf. Scheiße. Der Kerl ist verrückt. Oh, mein Gott. Ja, und jetzt? Was soll ich machen? Boah, ich erkenne hier kaum was. Leute, was soll ich machen? Na ja. Klar. Mach ich, aber... Ich bin grad ein bisschen im Arsch. Boah, ist der langsam. Ja. Der ist aber ein bisschen langsam, Leute. Ein bisschen müssen wir warten, nicht? Alles klar, sie ist mitgenommen aus. Was zum Teufel ist hier los? An deiner Stelle würde ich tun, was dir gesagt wird. Was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Deine große Zeit ist vorbei, alter Mann. Und hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Der Josh ist hinüber. Wir brauchen einen anderen. Arschloch. Ach, das passt mir nicht in den Sinn. Er hat mein Problem. Wir brauchen eine neue Passiv. Warte mal. Dauert auch eine Waffe, ne? Okay, wir müssen nach Norden. Wir werden unseren Flughafen abholen. Bäm, du Sucker, ey. Das musste sein. Er hat mich verarscht. Der Bulle. Wuh, wuh, wuh. Steile Sache. Drücke L und halte M fest, um das aktuelle Ziel einzubleiben. M. Mach ich. Geht aber nicht. Ach so, doch. Hier geht's lang, Kim. I know. Wir brauchen Dekos. Oh, shit. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier weg. Schneller, schneller, ihr Idioten. Schneller. Die Hände in deinen Kopf. BTF? Hä? Hä, was laberst du? Warum soll ich die Hände in den Kopf nehmen? Los, los, los! Ah, ha, ha, voll in den Kopf, Alter. Das war dafür, dass du mir ne Schelle gegeben hast. Was soll ich tun? Ja, ja, warte. Ah. Heilige Scheiß. Ey, gib mir mal ne Schrottflinte. Wo rein? Hier rein? Ach so. Ah. Gottes Willen. Es geht ja schon mal richtig ab hier, Leute. Richtig krasse Scheiße. Hm, was haben wir hier? Können wir hier vielleicht irgendwas basteln? Holy shit. Scheiß. Mann, ich muss nachladen. Ja. Dupp dich. Ey. Wir werden von hinten beschossen. Keine Sorge, Leute. Ich decke euch. Deckung for the win, meine Freunde. Das hab ich in Modern Warfare gelernt. Den Headshot auch. Oder dass ich da keine, äh, Fingerfertigkeit benutze. Hab ich hier, also... Ach, egal. Ich laber schon, wir haben ein bisschen Mist. Egal. Abknallen. Headshots verteilt. Yay. Wie viel Munition hab ich eigentlich noch? Gib mir mal ne Schrottflinte. Mann, ich will ne Schrottflinte. Scheiß, da steht ein Propan-Gas. Scheiße. Was? Propan-Gas-Dinge? Ich bin tot, oder was? Ne. Ich dachte. Ich will ne Schrottflinte, ey. Achso. Der schießt hier auf mich. Welcher Lappen. Holy shit. What? Ey, wer schießt hier? Death. Shit. Deckung. Nein, die Deckung. Nein, das bringt nichts, das bringt nichts. Laufen, laufen, laufen. Vorwärts. Milla. Ach ja, Milla aus Ametro. Ich bin gefangen und voll cool, ey. Weil ich hier rüber klettere und so. Ich hab vorhin einen ermordet. Halt dir den Rücken frei. Warte, ich soll mir den Rücken frei halten. Ja, warum soll ich mir den Rücken frei halten, du? Was? Ich decke dich, mein Friend. Schneller, wir können hier nicht bleiben. Ja, warum nicht? Das ist so ne schöne Hülle hier. Kann man mal ein bisschen hier ein bisschen Tee trinken. Scheiße. Oh Gott. Cain, was sollen wir tun? Oder bist du Lynch? Wer bin ich? Wer war ich nochmal? Ich bin Cain, ne? Genau, das müsste Cain sein, das ist Lynch. Der alte Lustmolch. Also, warte mal. Wen soll ich denn jetzt den Rücken frei halten hier? Kann ich das hier schießen? Ziemlich viel Action, wenn ihr mich fragt. Aber okay. Scheiße. Blatt. Na egal, das ist nicht mein Krieg. Warum muss ich mich unbedingt hier drauf einlassen? Vorwärts. Tot. Von hier aus. Weitschuss. Wo soll ich denn hin? Hier runter? Oder was? Ähm, Lynch? Wo soll ich hin? Ja, wohin, Junge? Ach, da lang. Es ist auch so dunkel hier so ein bisschen, ne? Ja, seil dich ab, du Lappen. Oder was auch immer du da machst. Ja, los. Reloading. Boomer. Holy shit. Mann, ich sollte rausspringen, Mann. Das ist verrückt. Ah. Gott. Gottes Willen, ne? Ich bin tot. Ich bin tot. Was? Was? Was hat er denn jetzt? Vorsicht. Zu viel Adrenalin bringt dich um. Ja, okay, dann gehe ich ein bisschen langsamer. Ja, okay, dann gehe ich ein bisschen langsamer. Ja, la, 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 ich bin Cain. Oh Gott, die schießen auf uns, diese Bastarde. Schieß einfach weiter und bleib ruhig. Hahaha. Alter. Geh zum Donutladen. Holy shit. Ey, gib mir deine Schrottwintel, komm, wir tauschen. Ja, alles klar. Wir sind gleich da. Sie holen uns am Donutladen ab. Holy shit, Lynch. Du siehst nicht okay aus, Akka. Tür ist zu. Willen. Sie sind umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Scheiße. Ey, das war Shepard. Ich wiederhole. Werfen Sie Ihre Waffen weg und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Niemals. Sie haben das Gebäude umstellt. Nein, Johnny, geht da nicht raus. Ihr Schweine. Beschäftige Sie. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Lynch. Aber, äh, Remulade. Remulade. Der hat Remulade gesagt. Oh shit, die Tür ist offen. Raus hier. Reloading. Er hat eine Schrottwinte, glaube ich. Nope. Oh shit. Holy shit. Wo ist denn der Donutladen? Achso, da hinten. Yeah, ich bin ein entflorener Häftling. Und laufe über die Straße durch einen Kugelhagel. Yo. Weil ich voll korrekt bin. Haha. Nun ja. Okay. Okay, Bross. Ich, äh, halte euch die Rücken so frei. Die Rücken. Den Rücken. Frei. BAMs in your head. Son of a bitch. Woo. Heute ist Zahltag. Das ist, das ist bestimmt scheiße. Weil die viele sind. Okay. Scheiße, die haben... Raus hier und halt die Position. Die kommen schon. Ja, ja. Wollte ich gerade sagen. Die kommen schon. Scheiße, von hinten. Reloading, motherfucker. Don't fuck with my family. Boah, I kill ya. I hate all of you. Ja. Vor allem, weil ich eine Schrotflint haben will. Mann, wieso treffe ich die da nicht? Komm, den treffen wir jetzt. Headshot. Nee. Beer in your faces, bitch. I need money. Äh, meine Munition. Reloading. Reloading. Scheiße, ich kann nicht reloaden. Oh shit, ich wurde angeschossen. Mist. Keine Munition. Ich brauch mehr. Du brauchst mehr. Kein Problem. Ja, gib mal her. Was? Hey, wir verschwinden jetzt. Die Munition, du Lappen. Ey, der hat ne Dings. Die nehm ich mit. Genau, das ist ein tolles Ding. Die P90. Oh, ich werd abgeballert. Oh, scheiß Dreck, Mann. Jetzt bin ich schon wieder umgebracht worden. Ich hab hier grad voll die Hypes, ey. Du kannst das Zeug nicht zu oft nehmen, okay? Ja, okay. Boah, die P90 hat aber einen Rutschschuss, ey. Alter, geh doch mal aus meiner Schusslinie, du Lappen. Ich hab da einen Dreckspenner, ey. Firms. Du kannst nicht sterben, oder was? Äh, so. Gehen wir, vorwärts! Ja, ja. Schneller, schneller, schneller. Alter, was hat er denn im Gesicht? Oh, 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 oh. Ich hab den Baller. Ich denke, das weißt du. Und stülp dir was über die Köpfe. Hey, fass mich nicht an. Bleib ruhig, Lynch. Alles bestens. Das war aber nicht Teil des Deals. Was für'n Deal? Daneben nicht. Halt einfach den Mund. Schon besser. Häft dich heraus! Wir haben eine kleine Überraschung. Nehmt mir das Ding ab, ihr Arschlöcher. Cain, auf diesen Moment freue ich mich schon seit vier Jahren. Dachte, ihr wärt alle tot. Ich sollte dir auf der Stelle den Hals umdrehen. Hm, warum tust du's nicht? Oh, das werden wir. Verlass dich drauf. Du hast uns verraten, Cain. Du hast uns zurückgelassen und die Beute geklaut. Einen Scheiß hab ich. Cain, dafür haben wir keine Zeit. Wir haben deine Frau und deine Tochter. Ihr habt was? Du lügst doch. Ich will mit ihm reden. Schnauze, du hast dir gar nichts zu wollen. Du weißt, ich muss dich töten. Aber ich mach dir ein Angebot. Bring die Beute zurück und ich lass sie laufen. Carlos. Sorry, Cain. Aber du weißt selbst, wie das Spiel läuft. Ich habe dich wie einen Sohn behandelt. Du hast drei Wochen. Nicht mehr. Du weißt Bescheid. Da drüben im Auto ist alles, was du brauchst. Arschlöcher. Bäh, warum nimmst du die Zigarette, Mann? Ich bin Lynch. Wofür ist das Telefon? Ich muss mich jeden Morgen und Abend bei Ihnen melden. Na toll. Ein verdammter Wachhund. Wenn ich keine guten Nachrichten habe, fangen Sie mit deiner Frau an. Nicht, solange du das tust, was ich dir sage. Mal sehen, was im Auto für uns ist. Leiker Boss. Nun gut. Hallo, mein Freund. Du bist jetzt mein neuer Kamerad. Herr Herrmann. Sehen wir uns das Auto an. Das ist alles, was wir brauchen. Hier, nimm. Ist ein Ohrhörer. Lass ihn immer drin. Nicht so schnell. Die hier ist für dich. Schottfinde. Schottfinde. Ich will dir keine Primärwaffe geben. Der kann sich ne eigene nehmen. Halte MB3 fest. Und drücke W zweimal, um Lynch eine Dingswaffe zu geben. Meinst du so? So? Ne, ne? Was zur Hölle ist MB3? Ich kenn den Scheiß nicht, Mann. Jeder Tidekane. Achso. Ja, und so gebe ich dem das. Ja, aber warum muss ich denn meine Schottfinde abgeben? Hallo? Ne. Klar. Ne, hergeben. Nö. Oh, ey, das ist... Ich will ihm die Schottfinde nicht geben. Dom. Der kann auch die P90 haben. Ey, hallo. Jeder Tidekane. Ja. Nimm die hier, falls dir mal die Munition ausgeht. Halte MB3 fest und drücke S zweimal, um Lynch eine Sekundärwaffe zu geben. Warum muss ich dem eine Sekundärwaffe geben? Das passt mir jetzt schon gar nicht, Alter. Und jetzt komm mit. Nein, warte. Ey. Hallo. Alter, jetzt. Hallo, warte. Schau. An diesen Idioten muss ich am Leben halten. Hör zu. So wirst du nicht lange überleben. Was soll das? War doch ein guter Schuss. Das habe ich nicht gemeint. Du bist sicher gut. Du sollst nur nicht erschossen werden. Ich brauche dich lebend, damit du weiter telefonieren kannst. Drücke F, um zwischen Primär- und Sekundärwaffe zu schalten. Na gut. Der, die Magnum, die sieht auch geil aus. Ja, und jetzt? Durch da drauf schießen oder was? Führe Lynch zum Verkaufsautomaten. Wo ist denn hier ein Verkaufsautomaten? Ach, da hinten. Komm mal mit, Lynch, mein Freund. Gut, folge mir einfach. Und bleib so gut es geht in Deckung. Kapiert? Hallo, Kinder. Schleichenführer, Anfänger. Heute zeige ich euch, wie ihr schleichen müsst. Stehst du neben einem geeigneten Objekt, gehst du automatisch in Deckung. Klicke in Deckung, MW1, um blind zu feuern. Was zur Hölle ist MB1? Mittlere Bracktaste oder was, ey? Boah, ohne Scheiß, Mann. Ich weiß nicht, was du laberst, aber egal. Wahrscheinlich macht er irgendwas mit rechten Maustasten. Weiß ich nicht. Blindfeuern, achso. Achso. So, ja, da muss ich aber die Magnet nehmen, weil die ist ein bisschen präziser. Scheiße. So. Wenn du unbedingt zielen musst, mach es schnell und geh wieder in Deckung. Ja, aber das ist ja langweilig. Klicke und heute, ähm, okay. So, Headshot. Ähm. Hast du gesehen, Lynch? Mann. Können wir dir eigentlich auch einen Headshot geben? Alles klar. Gut. Und vergiss es nicht. Gehen wir zum Auto zurück. Ja. Und vergiss es nicht, mein Freund. Ey, geil. Wir haben eine Schrottflinte. Ey, ich mag Schrottfinden. Die sind geil. Können wir da auch mal gegen schießen, da? Das sind doch explodiert. Komm, explodieren die nicht. Schade. Die Granate nehmen. Machen wir. Drücke G, um Granaten zu werfen. Zieh einfach die Sicherung raus. Gut festhalten. Nach etwa vier Sekunden geht das Ding hoch. Warte, ich zeig's dir. Ich werfe ein paar Granaten. Schnittergranaten, Brandgranaten, Tränengas. Das behalte ich erstmal. Ähm. Bist du schnell? Kannst du Granaten zurückwerfen? Sind aber heiß. Eins, zwei, drei. Also, was ist der Plan? Ich hol die Ware morgen ab und bring sie zu, das Seven. Einfach so? Du weißt also, wo sie ist. Lass dich überraschen. Was hast du eigentlich geklaut? Ich hab gar nichts geklaut. Ich dachte, sie sind tot. Okay, okay. Es geht mich ohnehin nichts an. Ganz genau. Und jetzt geh rüber zu dem Gerüst. Warum? Tu einfach, was ich dir sage. Los. Geh da hin jetzt. Hallo. Junge. Ich schieße dir eine Kugel in den Kopf. Geh da hin jetzt. Drücke und halte M. Mäh. Warum soll ich denn da hochgehen jetzt? Ich zeige, wie man sich... Achso, man soll sich jetzt abseilen. Na gut. Dann mischen wir wahrscheinlich erstmal hier hoch. Komm mit, Lynch. Mein Sohn. Wir machen mal gerade ein paar Jump-Einlagen. Ja. Das kenne ich ja schon. Das muss ich mir nicht erklären. Das hast du mir schon vorhin erklärt. So, Lynch, bist du bereit? Also, als erstes schießt du hier gegen. Dann gehst du da rein, mein Freund. Und seilst dich ab. Nimm das Seil. Ich zeige dir, wie man es benutzt. Ich habe scheiß Höhlenangst. Wofür sind die denn? Nur für meinen Magen. Mach dir keine Sorgen. Die Dinger schluck ich schon ewig sehe. Nimm einfach das verdammte Seil. Scheiße. Na, scheiße. Wo kommen die denn jetzt her? Scheiße. Die haben die Schüsse gehört. Los, runter zum Ausgang. Die haben uns gerade noch gefehlt. Willst du dich immer noch abseilen? Natürlich nicht. Wir nehmen die Treppe. Ja, ist klar. Die sehen uns jetzt einfach mal, ne? Heidoken. Hey, sterb. Drücke 2 und Lynch greift dein Ziel ab. Dachte, du hättest kapiert. So, dann nehmen wir mal die Schrotwinde. Mist. Kacke. Ey, Seelie. Töt ihn, töt ihn. Kane und Lynch. Okay, Freunde. Jetzt zeige ich euch mal hier ein bisschen was abdrücken für Anfänger. Naja, die Schrotwinde ist jetzt nicht so toll. Auf die Entfernung. Es geht los. Halt, Stopp. Komm zurück, Lynch. Töte den mal. Ich habe ihn. Scheiße, ich versuch's ja. Wir seilen uns ab, mein Freund. Ehe, abseilen. Beschäftige sie. Jaja, warte mal. Ich muss mich abseilen. Wuhu. Abseiling. Okay, wo bist du? Ach ne, da sind ja die Bullen. Oh Gott. Yeah, man. Schrott finden, Boss. Wuhu. Äh. Achso, eins damit Lynch dir vorfüllen. Hier rüber. Alles klar. Los geht's. Ich komme. Wir müssen uns bewegen. Bleib bei mir. Ja, ja. Mir nach. Los, Beeilung. Ich komme. Los geht's. Los, Beeilung. Hör auf, mir Befehle zu geben. Wie geil. Der ist jetzt schon genervt von uns. Ladebau. Du schuldest mir noch eine Antwort. Was machen wir? Wir holen die Beute ab und geben sie ihm. Ich weiß, wo es ist. Du hast es also geklaut und dann versteckt. Einen Scheiß habe ich. Ich habe das Zeug nicht angerührt. Ich weiß, wer es gestohlen hat und in welcher Bank es liegt. Ist das jetzt so schwer zu glauben? Es ist in der Bank. Scheiße. Ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt. Ich schon. Und jetzt halt endlich deine verdammte Klappe und lass mich das machen. Ich kenne einen Tresorknacker. Ja, er hilft uns. Auf jeden Fall. Wo bleiben die denn? Keine Sorge. Er kommt nie zu spät. Da sind sie. Gehen wir. Wurde auch Zeit. Wurde auch Zeit. Freunde, ich mache hier eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.